Gnucalinas, der Hexenberg, lauter Skulpturen, sonst gibt es aber keine wirklichen Hexen hier oben. Doch dieser alte Baumstamm ist umfunktioniert zu einer Bank mit einem Gnomengesicht, ein Märchenkönig. Die beiden Geburtstagskinder heute. Flugdrache. Kampf gegen den Drachen. Nächste Skulpturen, der Kinder. Und er muss immer in seine Hand nehmen. Und er hat ein bisschen Freude für den Diener. Okay, das ist ein Tissue oder Pounterbluff. Und er hat eine Diener. Und er hat einen Kronen. So, das ist der... Kronen! Ein Kronen! Ein Kronen! Und der Kronen! Kronen! Du kannst da drauf gehen und kannst am Rad drehen, sozusagen. Wie in Kinderzeiten, das quietscht auch. Das war der Wald in New York-Krante, das ist ein schwarzer Strand, sozusagen übersetzt, hat uns der Fahrer vorhin gesagt.